Liebe Interessenten und Zuschauer, in diesem Video präsentiere ich euch einen Gendair 4755. Der Trecker hat drei doppelwirkende Steuergeräte. Die Gendair 4755 haben immer eine Bosch Einspritzpumpe, einen Motor, 7,6 Liter, 190 PS. Sechs Gewichtsplatten sind dabei, A50 Kilo, 300 Kilo insgesamt. Farblich ist der Trecker noch im Originalzustand. Auch die Kabine, Polsterung und so weiter, ist alles noch original und gut im Zustand. Der Trecker hat 7500 Stunden auf der Uhr. Das Getriebe ist das Power-Shift-Getriebe. 15 Gänge vorwärts, 4 Gänge rückwärts, komplett ohne zu kuppeln, zu schalten. Bei Interesse bitte melden, am besten telefonisch unter 0151 65 16 5888. Dankeschön. ENDC 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 ENDC